hallo leute und willkommen zu dem video wie gestern so gemerkt habe habe ich ja meine 500 abonnenten gestern auf youtube erreicht dafür erst noch mal großes großes dankeschön an jeden einzelnen abonnenten ich bin echt sehr sehr froh dass das gesagt hat denn ungelogen wie ich damals angefangen habe mit youtube war eins meiner ziele tatsächlich mal 500 abonnenten zu bekommen damals ich so die ersten weiß nicht fünf drei abonnenten habe hatte dachte ich nie dass mir eines tages mal 500 leute zu sagen ich meine natürlich das ist verhältnis gemäß nicht wirklich groß wenn man es mal anschaut mit youtube mit drei millionen vier millionen abonnenten aber für mich persönlich so wissen dass 500 leute zwischen sogar so ein paar mehr mich gerne schauen das ist es ist eine coole sache und dafür danke 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 an alle natürlich muss das irgendwie gefeiert werden das wird die folge gefeiert zum einen kündige ist an dass in den nächsten wochen ich muss damit bei freunden abklären wann genau aber in den nächsten wochen wird ein zwölf stunden stream stattfinden so ähnlich wie der erste dem sage ich da ist noch was wird es auch bei diesem softigen stream zwölf games geben die ist mit meinen freunden werden was eigentlich hier dieselben sagen wir jetzt zum als präschen ist das nur die spiele werden mir gesagt mit denen werden wir wie gesagt zwei spiele spiel so rum und ihr dürft gerne eure spiele würden sie in die kommentare schreiben welches bitte ihr ganz gerne beim zwölf stunden stream sehen würde wir wissen noch nicht wann wir machen wir werden aber definitiv an wochenende machen so wird es jetzt aber fest aber an welchen wissen wir noch nicht muss noch abklären da jetzt die tagen auch noch informationen geben da wo es die spiele wieder spielen weil ihr dann ja da quasi mitbestimmt könnt und jetzt bitte hier in die kommentare gern ein paar spiele reinschreiben könnt ihr ganz gern wollte wie sie spielen damit ich wieder so ein spielplan stellen kann wie damals erste sache zweite sache nach denen der erste soft und streben ja schon eine weile her ist habe ich davon noch mal eine dauert auch drei stunden aber egal drei stunde zusammenfassung von diesem zwölf stunden stream da wird jetzt im anschluss hochgeladen kommt wahrscheinlich um 15 uhr und da wird der erste stream noch mal zusammengefasst alles was da passiert ist aber es probiert aufs minimum zu kürzen die immer noch drei stunden da seht ihr selbst durch den schimpfen kurzen ist nicht so leicht einfach damit ein bisschen reinkommt und euch zurückkommt aha was war erstens als gründen stream alles so los als wir da noch mal daraus zurückgreifen sollten und ansonsten bedankt es mich für gesagt natürlich für alle die das ermöglicht haben dass ich hier jetzt das der 500 abonnenten habe das ist eine ganz große sache heute abend tue ich auch bei der minecraft live streamen ist jetzt kein aber special weil der zweifel stunden abo special stream kommt die wochen bei dem ich übrigens auch das dance mit einbauen werde keine angst und wie gesagt so das weite kleine teil sage es mal ist jetzt eben die zusammenfassung vom ersten zwölf stunden stream die jetzt dann um 15 uhr ankommt noch eine andere sache am lande und zwar es wäre es nett wenn mir einer von euch bitte vielleicht ein youtube banner erstellen könnte weil ich bräuchte wieder an neuen und hab zurzeit wieder die zeit dafür noch bin ich jetzt so übelst krass gesickt in solchen sachen die banner gestalten das wäre es cool wenn wir einer von euch ein banner youtube banner stellen könnte das wäre es nett also bei interesse bitte einfach per privat pr an schreiben oder in den kommentaren schreiben dankeschön also das war's mit dem video ist hoffe ihr seid einmal heute abend bei minecraft dabei und natürlich dann bei meinen herftrunden stream wo es nähere informationen die tage gibt das war's mit dem video danke fürs zuhören und vor allem danke wie gesagt nochmals für die 500 abonnenten das ist es ist es ist eine große sache und wie gesagt ich habe ein bisschen ein video dafür einfach mal bedanken und ja ich werde auch noch mal ein video bringen wo ist ein bisschen so in die zukunft so was ist auf den kanal so alles geben wird und auch dieses eine sache wie sehr interessant ist und wie es dann jetzt so weitergehen wird nachdem es jetzt nicht mal ganz so klein bin natürlich wird immer noch klein aber nicht ganz so klein wenn ich mal so ganz und darin und das ist also dazu hast du gesagt wird dem video macht's gut leute bis zum nächsten mal und